hallo hier ist naruto 286 herzlich willkommen zu captain subasa part 30 tut mir leid ich wollte dass ihr die parts nicht so dass ihr momentan 30 31 32 33 34 35 leider nicht zu sehen bekommt tut mir das leid ich habe es aufgenommen aber irgendwas ist verdammt noch mal passiert dass auf einmal wo ich dann rüber laden wollte wo ich dann bei mir am laptop angeschlossen habe ich habe es nicht gewusst habe nicht nachgeguckt vorher dann hatte es muss angeschlossen habe einmal im laptop habe ich gesehen wie was platte war leer ich habe doch nachgeguckt und es waren videos drauf wie kann man schon platte in den videos leer sein wie kann ich habe es ja gar nicht gelöscht wie kann es dann wie kann das zum hänker leer sein wie kann die videos weg sein deswegen entschuldige ich mich jetzt dafür tut mir herzlich leid ich werde es jetzt nochmals leider aufnehmen gott sei dank ihr habt nicht viel verpasst die kann ich gott sagen wir nachholen und alles wer wendet ich hier richtig böse ich will auch mal was zeigen aber verbindung wird gestartet im netz aber zuerst mal spiele ich captain zu barter komplett durch wenn ich dann habe dann können wir hier wieder alles nachholen mit so archiv haben wir hier was bringt uns archiv video musik tutorial charakterinformation herausforderungen oder was kann man da herausforderung spielen oder was ne anscheinend net ah nee das ist nur das hier okay alles klar das ist dann nur sowas alles klar aber wir fangen jetzt nicht mit der story an wir haben ja dieses weil da waren wir mit dem versus modus genau das beim versus modus genau das war ja das was ja wo der 30er und 31er auch daraus besteht aus dem einzelspiel das war ja auch das deswegen machen wir das jetzt wieder so warte auf spieler so das ist okay wir nehmen japan gegen team bearbeiten team 5 team 4 team 3 wow das gibt es auch ich gar nicht gedacht machen wir in england so und los geht's wir anfangen gegen england ja sagen würde es tut mir ja wirklich leid dass das so scheiße gelaufen ist deswegen hole ich jetzt den 30er 31er nach den 32 33er und diese die kommen alle noch aber erst spiel ich das durch und dann nehme ich als nächstes mal gut läuft nämlich und nichts schief läuft nämlich wer den nämlich als nächstes den 36er bis das alles auf bis ich dann das durch komplett durch habe danach kommt mache ich wieder von anfang und holt die anderen parts noch mal nach die fehlenden was dazu sind keine schlecht jetzt 31 36 hochladen das geht nicht ich muss schon reinfolge machen deswegen tut es leid dass das jetzt so geworden ist dass ich den mist noch mal wiederholen muss tut mir leid aber es ist kein problem Ich bin der Blöckenfliege. Pant kick! Und hierher werden wir? Masao, das ist der Fall. Oh, das ist der Fall. Chibasa, das ist der Fall! Der Ball ist nicht so groß. Ganz. Aber hierher, das ist der Fall. Die Bauch-Suche, das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall, der Fall. Der Fall ist der Fall. Das ist der Fall. Oh, der hat mich schon gerammt, der Typ, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Oh, shit, Alter. Lass, da kommt mir das vor, dass ich mich hier. Okay. So. Hä? Wo ist der Ball? Oh, shit. Oh, ja, ey, ernsthaft, Alter. Oh, shit. Ich bin der Fall. Hier ist er. Ich habe auch noch eine halbe Hände, aber ich weiß, dass ich noch nicht mehr wissen, was ich noch nicht mehr wissen. Gein-In, du kannst du hier ausführen? Soda-In, du kannst du hier weg! Und jetzt trocken wir den Falkenschuss. Okay, komm her. Ach, Mann. Oh, ist mein Charakter jetzt schon wieder? Meine Güter, ich sehe hier gar nichts mehr. Oh, ich sehe hier gar nichts mehr. Oh, ich sehe hier gar nichts mehr. Jawohl. Perfekt. Kuchiro hat das Tor gemacht. Haha, das ist das Tor dabei. Cool. Cool. Wie soll es noch einmal den Falkenschuss? Alles klar. Haben schon alle nach vorne wieder, Freunde? Okay, ich sehe hier gar nichts mehr. Ah, du hast also hier gar nicht. Ein Kuchiro hat das Tor. Und Cheeto hat geschossen. Oh shit. Habe ich noch ein bisschen gewinnen, sondern habe ich fast aufgeladen bekommen. Okay. 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 Perfect. Oh, ja, ja. Oh, wie lange reinge Creatures noch vorher. Tolle Creature. Oh, ja, 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 ja. Was soll, ja, klar. Oh, verdammt, der Abstand. Okay. und das ist immer wieder ja 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 Der Ball wurde hochgedrückt! Der Ball wird hochgedrückt! Robinson-kun! Das kann man nicht catchen! Geh! Hüuga-kun! Hier ist der Fall! Robinson-kun! Der Ball wird nicht gelesen! Robin-kun! Geh! Mann! Geh! Geh! Rashan-kun! Machkoi-kun! Es tut nicht gedacht, dass du nicht Benutzt nicht das kann! Wohin! Bek!!!! Ah, Pianza! Ich hab's! Ich hab's! Robcohn, du bist auf dem Ball Das war das Boll und Ai-Uti-Khut. Kafuoh-Kun, du bist auf der Gäuble! Na ja schon! Ich hab's! Jetzt komm schon! Boah, jetzt wird es nochmal zwischen Dappen und Wasser. Jetzt reicht's, nehmt den Klipperschuss! Das ist nochmal ein Torwart, das hat wirklich geschützt, wo ein Klippschirchen hingegah. Das ist ein Torwart, dass er nicht halten könnte. Okay, komm nach! Oh! 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 Turn her durch und. Tops by bizi! Oh! Oh! De poco 2018 hat aber in 저희 place! Okay, komm her! Oh shit, komm her! Wunder-kun, starker Tuckl! Dean-kun, der Telefonklinik über die Centerline! Es ist jetzt die Zeit, die Zeit zu retten! Wir haben die letzte Kraft! Tsumasa-kun, das ist ein Nase-Ski-No-Drible! Wir haben die Kraft, und wir haben die Kraft! Wir haben die Kraft! Wir haben die Schuss! Das Schuss hat ihn gehalten! Shit! Das war ein perfektes, perfektes Tor. Erstmal Topsplink von oben und dann nochmal von rein, dann von reingeknallt die Dinger. So, machen wir das gleiche Spiel noch einmal. So, gegen Ungarn diesmal. Mal gucken, was wir dann damit haben und herauskriegen. Äh, ne, lieber zurück. Dann machen wir lieber doch... Ne, lieber doch bleib ich bei Japan. So, Japan gegen Ungarn. Das ist mir lieber, ich bleib bei Japan. Äh... Und so. Okay, und los geht's. Ich versuch's immer wieder, noch mehr Tore da rein zu machen. Hi, alles klar. Das ist sehr gut. Schön, dass die ja auch wieder einschaltet und alles. Finde ich gut. Danke. Und... Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play und... Ja. Da kommen jetzt die ersten zwei fehlenden Parts. Und die hab ich natürlich da mitgemacht. Mit sowas hab ich... solchen Spielen hab ich diese... Waren die ersten zwei Parts. Wie schon gesagt, das ist der 30er. Weil, wenn ja auch andere Zahlen, wo ich gesagt hab, gelangt gekommen sind, hab ich die nur aufgezählt. Das ist nicht der Part, weil das ist das... Auf alle Fälle der 30er und... ja. 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 Und jetzt sind wir noch eine Lange. Und jetzt ist es so schön. Oh nein. Oh nein. Und jetzt sind wir. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Pant kick. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, bitte schön, mein Freund. Leider war das leider nichts, so. Ich hab hier zu früh gedrückt mit den Lärmstellungen. Okay. Okay. What the fuck, Alter. Okay. 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 Let's쳐fuck in towirn. Oh come. So, dann wende ich jetzt hier den Fall, wir sehen uns im nächsten Fall wieder, bis gleich, euer Ruto 1286.